Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. Worum geht es im Video? Ganz klar um manuelle Belichtungskorrektur. Haben vielleicht einige von euch schon mal gehört, wer bislang im automatischen Modus fotografiert hat, den kann es nicht interessieren, denn hier hat er keine Möglichkeit diese Funktion anzuwenden. Wer von euch aber jetzt ein bisschen weiter ist oder sich auch weiterbilden möchte, der wird irgendwann auch in den halbautomatischen Modus seiner Kamera wechseln, sprich zum Beispiel in den AV-Modus. Im AV-Modus bestimmt ihr ja die Blende, das heißt die Schärfentiefe und die Kamera sagt dann, okay, ich brauche diesen ISO-Wert dafür und diese Verschlusszeit. Dafür macht die Kamera eine Belichtungsmessung, das heißt das Motiv, was ihr fotografieren wollt, da wird ein Mittelwert ermittelt durch die Kamera und dann sagt es, die und die Daten brauchen wir, um das vernünftig abzubilden. Jetzt kann die Kamera aber auch mal daneben liegen und zwar bei schwierigen Lichtsituationen, wenn ihr Gegenlicht habt oder ihr habt starkes seitliches Licht, dann kann es sein, dass die Kamera die Lichtsituation und damit auch die Lichtmessung falsch durchführt. Das heißt zum Beispiel, euer Motiv ist über- oder unterbelichtet, sprich zu hell oder zu dunkel. Und da habt ihr die Möglichkeit mit der manuellen Belichtungskorrektur einzugreifen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch im Video mal an einem Beispiel. Um euch die Funktionsweise der manuellen Belichtungskorrektur besser erklären zu können, habe ich mal hier ein kleines Beispiel aufgebaut. Und zwar seht ihr im Hintergrund hier meine Vintage-Kamera und dahinter habe ich noch eine Lichtquelle positioniert. Das simuliert jetzt zum Beispiel mal leichtes Gegenlicht oder eine ungünstige Lichtsituation. Im Vordergrund steht meine 700D, die habe ich auf ein Stativ gestellt und ich bin in den halbautomatischen Modus, in den AV-Modus gegangen. Hier bestimme ich die Blende. Hier habe ich eine Blende 6.3 eingestellt und meine Kamera bestimmt automatisch den ISO-Wert und auch die Verschlusszeit. Um das richtig bestimmen zu können, macht die Kamera natürlich eine Belichtungsmessung. Und anhand dieser Belichtungsmessung werden dann Werte wie ISO oder auch Verschlusszeit eingestellt. Jetzt kann es aber sein, dass zum Beispiel in ungünstigen Lichtsituationen die Kamera genau diese Belichtungsmessung falsch macht bzw. falsch einschätzt. Denn die Kamera kann immer nur anhand eines Mittelwerts das Ganze ermitteln. Das gucken wir uns jetzt mal an und wir machen mal einfach ein Foto. Und wir sehen anhand der Lichtsituation hat unsere Kamera das Ganze ein bisschen falsch beurteilt. Das heißt, unser Bild ist überbelichtet. Wie können wir das jetzt ändern? Mit den derzeitigen Einstellungen können wir da gar nichts ändern. Das heißt, unser Bild wird immer das gleiche überbelichtete Ergebnis haben. Aber wir können hier im AV im halbautomatischen Modus eine Belichtungskorrektur vornehmen. Das machen wir ganz einfach. Bei Canon gibt es dafür eine Taste und zwar hier die Belichtungskorrekturtaste. Und dann gehen wir auf unser Einstellrad hier oben und gehen mit der Belichtung eine Belichtungsstufe in den Minusbereich. Dann sagen wir also der Kamera, okay, was du gemessen hast, davon machst du das nächste Foto bitte um eine Belichtungsstufe dunkler. Das Ganze machen wir jetzt nochmal und wir lösen nochmal aus und sehen jetzt im Ergebnis, das wäre unsere perfekte Belichtung für diese Lichtsituation. Die Kamera hat es also im Automatikmodus falsch eingeschätzt und wir können das Ganze dann mit einer manuellen Belichtung, in diesem Fall eine manuelle Unterbelichtung quasi für die Kamera korrigieren, sodass die Belichtung für uns gewünscht richtig ist. Ihr seht, eure Kamera ist natürlich auch nicht unfehlbar und da seid ihr als Fotograf gefragt und könnt dann mit solchen manuellen Einstellungen der Kamera sagen, so wird es richtig gemacht und euer Bild wird damit perfekt. Ihr dürft eins allerdings nicht vergessen, wenn ihr fotografiert habt, euer Motiv fertig habt, dann müsst ihr die manuelle Belichtungskorrektur wieder auf Null stellen, denn ansonsten wird eure Kamera jedes weitere Foto mit dieser positiv oder negativ eingestellten Belichtungskorrektur fotografieren und ihr kriegt dann auch falsche Belichtungswerte bei der Kamera. Das soll es gewesen sein zu der manuellen Belichtungskorrektur. Wenn ihr dazu andere Tipps habt, andere Vorschläge oder es besser erklären könnt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.